aber es ist schon schön hier ja, ist schon ein guter, guter Fleck. Oh, wir sind hier passiert Stau! Da müssen wir irgendwie updaten so natürlich geht das nicht natürlich geht das nicht hm ja, ich brauch's da wieder hin keine Sorge so und dass das jetzt hier wieder zurückgedreht werden muss kann man jetzt hier wahrscheinlich auch immer noch nicht sagen wenn aber die andere Seite dann noch im Weg ist irgendwo reiße ich die mal kurz ab so nochmal so hört auf zu spawnen ja, die ersten verstehen's ach so, die bleiben ja die wollen ja hoch ich glaube hier hatte ich die Ampel nicht an genau ist das nämlich einfach nur ein Chaos das ist eine dicke Autobahn hab im Forum gelesen, dass es auch jetzt Autobahnen gibt, die sogar doppelt besetzt sind also Doppelstock-Autobahn das ist eine Feuerwehr die will irgendwas die haben keinen Strom die haben keinen Strom was machen wir denn da das ist wenn wir hier wird hier immer was hinsetzen möglichst hier unten drunter hm 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 da war grad irgendwas mit 48 da da waren 48 da waren 48 so mal sehen was da jetzt passiert mal sehen was da jetzt passiert ob sie jetzt irgendwie Hochwasser gibt anscheinend schon arbeitet er ja normalbetrieb also das Wasser hier ein bisschen angestaut ja da steht hier ein bisschen was im Wasser drin weil das jetzt steht saugt es das ja natürlich hier an ja ja Grundprinzip eines Staudammes jetzt sehe ich hier nix mehr ja jetzt sehe ich hier nix mehr hier wird sich gerade noch so runter oh jetzt haben wir einen Rindsahl Ein Rindsaal, haben wir hier, der zu Oder befüllt es sich jetzt ja wieder Anscheinend befüllt es sich jetzt grad wieder Hier geht's weg Na, wie das ausschaut Guck mal, hier verschwindet das Wasser Ciao, ciao Ja, kommt's wieder Weniger, aber Definitiv weniger Jetzt verlässt es die Grenzen Und es hat wieder Der Platz erreicht Und die sind ein bisschen untergegangen hier Na gut Wir haben ja höchstwahrscheinlich hier noch ein bisschen Industrien pflanzen Wie viel Energie haben wir denn jetzt ja überhaupt Sonst kümmern wir uns erstmal um die Energie Nicht grad sehr viel Okay Nicht grad sehr viel So, jetzt haben wir Überwiegend 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 Guck mal, hier drüben Ist doch perfekt Zum Agrarabbau Oder hier oben Das ist ja Das ist ja Moment Kurzer Check, check Ne, ich habe jetzt gedacht, hier wäre das Öl Und dieser Fleck Und dieser Fleck Und dieser Fleck Und dieser Fleck Schlechter So So Kommt hier ein Aufsatz hin Klausel wie hier Klausel wie hier Jetzt möchte ich doch bitte ganz kurz mal gerade Super Sehr gut Sehr gut Sehr gut Das Gebiet hier mal ganz kurz eingrenzen Sehr gut Sehr gut So Perfekt Perfekt Machen wir das doch ganz einfach so Perfekt 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 Wir haben das sehr. Orgaben ja auch noch da kommt man noch mal hier drauf müsste eigentlich alles drauf sein können sie ja industrie machen dass wir hier noch ein bisschen hofer legen genauso wie hier k so gibt es gleich noch ein bisschen mehr steuern Untertitelung des ZDF für funk, 2017